jo und damit herzlich willkommen zurück zu let's play pokémon nicht let's play pokémon crystal tagebuch nummer drei beim letzten mal haben wir ja knofenserturm und den fight gemacht so wollen wir schauen auf jeden fall habe ich mir ein paar sachen beim letzten mal noch aufgeschrieben ich würde mir gerne knofenser fangen zwei sogar und das gegen den typen gegen den typen mit seinem onyx tauschen jetzt das netto jetzt hier das layout eingebaut ich denke mal im laufe des tages des partes sozusagen werden wir noch ein onyx hier einbauen und wir haben ja kleinstein ich würde sagen wir fangen uns jetzt erstmal ein paar pokémon glaube kiesel ist zu stark an nämlich den schmetterlich glaubt er ist nicht ganz so stark im angriff ich glaube taubsi muss ich behaupten muss ich haben ich brauche nämlich ein flug pokémon flieger hier machen wir ich hätte aber gerne knofenser ja tut mir leid jawohl das ist gut so das wird getauscht jetzt fange ich mir noch mal eins ich will nicht trainieren ich will komm schon ernsthaft ja ich weiß es nervig ob ich groß wie gesagt fangen wir mal warum nicht wird jetzt kein pokémon was ich ins team nehme dementsprechend kriegt auch keinen spitzen haben ansonsten können wir den später noch umbenennen noch kommt schon so so okay da muss ich mal gucken was für pokémon ich gern im team bleiben würde das habe ich immer sehr gerne gemacht so mein team okay flieger bleibt im team knofenser auch gut dann kann ich das nämlich tauschen dann kann ich das nämlich tauschen tut mir leid dafür dass ich die speedtaste versauen habe naja auf jeden fall beim letzten habe ich ja darüber gesprochen dass ich die ganz gerne dass ich ja ganz gerne diese sticker gesammelt habe auch später dann noch gerade im rewe die waren halt einfach der hit schade dass sie das irgendwann eingestellt haben ich weiß noch nicht warum ähm hat mich aber dann auch nicht interessiert ich fand es halt nur schade und da hatte ich im weihnachtsmarkt eine etwas ältere dame kennengelernt war eigentlich ganz nett und da hatten wir uns ein bisschen unterhalten und die dame heike hieß die damals ähm die hatte mit ihr neffe war in einem speziellen kindergarten ähm hat sie mir dann erzählt und dieser spezielle kindergarten der war halt in dem sinne speziell weil der sich ausschließlich mit aids kranken kindern befasst hat und dementsprechend war das halt war das mussten wir war es halt ein bisschen speziell sprich kannst du ja nicht einfach musst du da bei so sachen musst du halt wirklich beim kindergarten halt wirklich stärker aufpassen beziehungsweise generell glaube ich waren das kinder die ähm besondere hygienische maßnahmen haben mussten ähm und dementsprechend ja hat die dann immer so ein paar sachen gesammelt und ich war dann halt eher so der typ ich hab die sachen halt gerne gesammelt ja und hab's halt ähm gemocht diese ähm wie heißt diese sticker album zusammen zu kriegen aber ich brauchte die nicht ich verstaubten hier bei mir im schrank und dann hat sie mir so erzählt ja sie bringt da ab und zu mal äh alle halb jahre mal ein paar sachen hin und sammelt da ein paar sachen womit die kinder halt immer ganz gerne spielen und allem drum und dran und bin ich dann halt da rausgegangen und hab gesagt alles klar wir treffen uns morgen nochmal die das war am weihnachtsmarkt am weihnachtsstand hat sie gearbeitet ich dachte alles klar wir treffen uns dann nochmal und ähm ne wir haben uns am rewa an der kasse kurz kennengelernt weil sie dann angefangen hat die sachen nämlich zu sammeln und hallo bist du eine trainer hast gewonnen in die kampf gegen arena alter ja ohlala sehr hübsch wenn du nein gesagt hättest hätte er dich hier an diese pokemon trainer schule gebracht findest du grundlegende informationen ähm auf jeden fall habe ich die dame da kennengelernt und ja hab dann hat er hat sie gesagt ja sie arbeitet hier am süßigkeiten stand und pipapo ähm hat dann alles soweit auch super hingehauen und ich hab dann ähm einfach mir die die alben genommen die ich fertig hatte hab den einfach eingepackt hab sie ihr dann in die hand gedrückt hab gesagt hier für die kittys bei mir verstaubt es eh nur kannst du haben und ähm ja es war eigentlich ganz lustig ja und das hat dann irgendwie dann auch ein halbes jahr später gehalten also ich hab dann immer sachen gesammelt und alles was ich halt nicht mehr brauchte oder so hab ich dann mitgegeben für die Kinder und die hat sich dann gefreut und die Kinder haben sich dann auch gefreut ich glaub dann hab ich sogar irgendwann mal ein ähm Dankesbrief von denen bekommen das war ganz lustig ja es war schon schön und irgendwann hab ich die dann halt nicht mehr angetroffen die Dame und ähm ja man hat sich aus den Augen verloren aber es war eine schöne Zeit das war glaub ich zwei Jahre oder so da hatte ich aber auch noch lange nichts mehr hatte ich ich glaub nebenher hatte ich noch Florencia gespielt aber da hatte ich mit Youtube nichts zu tun und ja das war halt in der Zeit mein Beitrag zur Gesellschaft das war super wirf einen Blick auf die Wände so wir sind jetzt hier in den Alfruinen das läuft noch alles super ähm ich würde sagen wir machen die Alfruinen gehen in die zweite Stadt sozusagen und ich weiß noch nicht ganz ob mir heute den ähm wie heißt's das hab ich schon erzählt okay dann hab ich mir diese Notiz schon mal ver... hab ich diese Story schon mal erzählt so hier laufen noch die Leute rum und es ist alles wunderbar ne dieser Ort strahlt eine eigenartige Mystik aus man könnte es schon fast als ätherisch bezeichnen ja später ähm hauen die halt alle ab weil da Pokémon auftauchen ähm in der äh goldenen Edition muss man diese Puzzle hier lösen und klappt hier auch aber du kannst halt zusätzlich sind hier in der Kristall Edition diese Dinge eingesetzt Musterflucht bedeutet wenn du hier Beutel Fluchtsaal einsetzt passiert was was passiert da so dann kannst du hier durch und dann gibt's hier schöne Items G-G-Giftbeere G-G-Gift... wieso? Beere ich glaub es gibt immer zwei Beeren die du findest Heilpuder und halt solche Natur belassenen Heilungsprodukte Energiestau und so und Krab die sind halt... die sind wie ich glaub die Pokémon werden's nicht wirklich mögen ähm... ja füllt KP um 50 auf es ist ein Bitter Heilpuder genauso dementsprechend hab ich das immer verkauft joa man kommt hier zu solchen Dingsbums aber schade dass sie das nicht weiter gemacht haben weil das hätte natürlich extrem das wäre natürlich sehr schön gewesen ähm... hier stehen immer so kleine Sätze so hier unsere Worte Leute sollen hier ewig wiederhallen joa und jetzt sind natürlich alle Leute abgehauen die Musik hat sich geändert weil jetzt kommen nämlich diese Ikognitos dieses ist eine Nachbildung eines antiken Pokémon das soll Akani wieder wieder darstellen dieser Ort dies ist ein großer Raum aber er ist leer ja... sind die Leute noch drin ok da muss ich wohl erst ein Puzzle lösen ok das haben sie dann doch nicht geändert und später kommt dann steht hier dann ein Typ oder hier der dich dann anspricht du musst halt ein paar Ikognito... verschiedene Ikognitos fangen ich glaub fünf oder sechs Stück dann kriegst du den Ikognito Pokédex und joa ein Pokémon das sich am Meeresgrund versteckte und mit seinen Augen auf den Rücken die Umgebung genau beobachtete so das war Kabuto ich versuche hier alle vier Puzzle zu lösen es gibt vier Stück ich glaub einmal Ho-Oh einmal Kabuto oder gibt es nur zwei ich glaub bei den Puzzlen gab es zwei aber diese Räume die du findest gab es nur mehrere ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher ist schon zu lange her ich muss auf jeden Fall dass einmal Ho-Oh ist was du da zusammensetzen kannst und einmal Kabuto und Aerodaktyl glaube ich ich bin mir da selbst nicht so ganz sicher was da jetzt genau gewesen ist wie viele das jetzt genau waren ob das zwei oder drei waren oh nein ich bin runtergefallen ich glaube jetzt sind die genau eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren jetzt kann man die Ikognitos fangen ähm ich fang aus wir werden im laufe des Derry natürlich alle fangen oder versuchen aber es schaffe ich werde ich jetzt hier nicht machen obwohl ich könnte mal gucken wie viel ich schaffe wie viel Pokébälle ich noch habe ähm dann könnten wir zumindest so viele fangen dass wir schon einmal ein Pokéball so Eintrag im Pokédex angelegt wunderbar ich habe früher immer mit den Boxwechseln und so ein Kram gearbeitet aber jetzt arbeite ich mit Pokémon bewegen das klappt so viel besser jo ähm genau der Typ sagt mir jetzt äh bei meinen Kunden der Ruinen haben wir plötzlich eine seltsame Gegenwart gespürt alle hatten Angst und liefen davon du solltest auch vorsichtig sein die Ruinen wohnen ein großes Geheimnis denn ich denke Punkt 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 jaaa ich weiß nicht warum aber irgendwie klappt das alles nicht hier links kann man lang surfen da gibt es Moorlaut und so einen Scheiß hier kann man nirgends machen der rollt rum oje ich wollte den Baum mit einem mächtigen Heap in 2 brechen aber ich habe es nicht geschafft ich habe versagt naja du bist ein merkwürdiger Baum blockiert ich streise nach Ducatia Fitti wegen des Baumes kann ich nicht äh kann ich nicht einkaufen gehen man sollte etwas dagegen tun ja das kriegen wir hin vor allem kriegen wir von dem Typen die TM Zertrümmerer TM das ist eine TM hier ähm brauchen wir aber trotzdem ab und zu mal das fände ich fand ich grausam weil wenn du nämlich die Zertrümmerer selbst ist eine relativ schwache Attacke auf Dauer aber beziehungsweise auf Dauer nicht aber das ist jetzt keine Attacke die man irgendwie bis ins Ende haben will und ähm jo warte mal das Icon ganz nach unten den Flieger könnten wir auch mal trainieren mache ich aber glaube ich offscreen dann ich guck dann einfach mal wie weit meine drei Pokémon dann sind und fange die dann später an zu trainieren ich möchte jetzt auf jeden Fall das Icognito haben den Icognito Pokédex den würde ich gerne jetzt heute noch freischalten so Pokédex Pokéball 10 11 12 13 kochen wir uns mal 13 Stück wir werden sowieso jetzt die meisten verbrauchen so Antiparbeere wunderbar 2 3 3 4 4 4 4 4 3 die schenkbaren Steintafeln zu bewegen. Ja, das kriegen wir hin. So, du untersuchst die Ruin. Ich suche einen Wissenschaftler ins B. What? Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich versuchte, sie zu bewegen. Ich frage mich, was sie darstellen. Och, komm schon, seid ihr so blöd oder was? So, hier geht's zur zweiten Steintafel. Ich weiß nicht, ob links noch eine... Hier links kann man natürlich durch den Tunnel da raus. Ich weiß noch nicht, ob es da noch eine Steintafel gibt oder nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es zwei oder vier gab. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Pokémonpaar von den Viechern fangen. Irgendwann muss ich mir auch mal eine Notiz machen, wie viel ich von denen habe. Nein, die ist geflohen. Ich weiß gar nicht, ob es reicht, wenn man drei hat oder nicht. So, warte mal. Das H habe ich, glaube ich, schon. Ich muss mal später nachgucken. See habe ich noch nicht. Entschuldigung, Smetbo, äh, Schmetterli. Aber wir sind hier nicht in der Lastnock. Von daher passt das schon. So, genau. Hm, das ist doch ein Pokédex, nicht wahr? Darf ich ihn sehen? Es gibt so viele unterschiedliche Pokémon. Hm, was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Es sieht aus wie die merkwürdigen Zeichnungen an den Wänden in den Ruinen. Falls diese Zeichen tatsächlich Pokémon sind, dann gibt es noch viel mehr davon. Ich weiß. Lass mich deinen Pokédex erweitern. Mir nach. Du, 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 du. Geschafft. Ich habe dein Pokédex erweitert. Ich habe dir einen optimalen Pokédex extra für ECOGNITO eingebaut. Er speichert sie in der Reihenfolge, in der du sie fängst. Valnars Pokédex wurde erweitert. Super. Jedes E-Cognitor, das du fängst, wird darin eingetragen. Schlage nach, um zu erfahren, wie viele es gibt. Ich glaube, wenn du alle gefangen hast, kannst du bei dem hier irgendwelche E-Cognitors ausdrucken. Diese seltsamen Pokémon, die du in den Ruinen gesehen hast, es scheint, als ähneln sie den Zeichen an den Wänden. Hm. Das bedeutet, es gibt viele von ihnen. Ach, komm schon, du darfst nur den gleichen Stuss. So, okay, ähm, Pokédex, Select-Option, genau, neuer Pokédex, alter Pokédex. Pokédex traditionell ordnen ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Damit kann ich nämlich mehr, und der E-Cognito-Index, 1, 2, 3, 4, 5, wunderbar. So, dann will ich gleich nochmal ins Pokémon-Center, weil unser Schmetterlin nämlich ganz schön am Boden ist und kann nicht mehr kämpfen. Auf der anderen Seite würde ich auch ganz gerne dann die, ähm, wie heißt's, die Cognitus mal wechseln. So, die Pokédex, 14. Ah, ich hab fünf verschiedene E-Cognitors gefangen, das ist gut. So, wir haben das J, wir haben das E, wir haben das D, müsste das sein, wir haben das A und das E. Okay, das ist mein Team, ansonsten haben wir nicht viel, okay. So, ja, eine spezielle Pokémon-Suche werde ich jetzt nicht machen, aber wenn ich ab und wenn ich schon mal in der Nähe bin. So, äh, trotz alledem würde ich den Aron gerne mal trainieren. Warte mal, was hat der denn? Aron, alias Onyx. Bodengestein, Bitterbeere, ja, die können wir dem mal nehmen. Der sollte eigentlich schnell auf passendem Level sein. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Kleinsch, ob ich Kiesel in meinem Team behalte oder Onyx, weil Onyx entwickelt sich auf Level 30 zu Stalos. Und das ist ein cooler Dude. In dem kann man im Team durchaus gut arbeiten, aber auf der anderen Seite, Geowatz ist auch ein cooles, auch ein cooler Dude. Ah, ist immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, ne? Weil ich will keine Zwei-Stein-Pokémon drin haben, das wird mir dann zu einseitig. So, Deckel. Nein, nicht gegen Knurfen, sag. Gibt's hier noch irgendwelche anderen Pokémon? Oh, Fucano. Onyx, das besiegst du jetzt mal? Nein, Brüller, wieso? Och, Mann. Oh, Fucano wäre ein schöner Dude gewesen. Schönes Feuer-Pokémon. Ähm. Ach, Mist. Ah. Ah, ich hab's besiegt. Kiesel war zu stark. Na gut, muss ich mich mit einem anderen mal drum kümmern. Ah, wird der Justin wieder sauer sein, weil ich ein Hunde-Pokémon besiegt habe. Nein. Obwohl Hunduster hier eigentlich das coolere Hunde-Pokémon ist. Muss man sagen. Also, Legendäre hau ich jetzt mal raus, weil die sind halt legendär und dass die cool sind, ist halt klar. Aber ich finde, Fucano und Akani waren in Generation 1 super, natürlich, klar, tolle Dudes, aber, ähm, ich finde, Hunduster hat seinen Auftritt in Generation 2 verdient. Die sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du bei ihnen hier absolviert hast. Gut genug. Das Training am Pokémon Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Anleger in Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Wunderbar. Da haben wir doch schon mal eine Sache, die wir dem Justin geben könnten. So, ähm, Nutzen sein. Wunderbar. Joa, das gebe ich Justin. Item geben. Super. Wollte ich nicht eigentlich die Sachen verkaufen? Rettan. Rückwärts gelesen. Natter. Oder im Englischen Eakens. Rückwärts gelesen. Snake. Naja. So. Hier ist jetzt weiter hin. Aaron macht das ganz gut. Ja, den gebe ich jetzt erstmal keinen Namen. Später, wenn ich sie trainiere, kann ich die immer noch irgendwie umbenennen. Dementsprechend. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark? Der geilst du auf jeden Fall. Teenager Nils mit IE. Warum? Ich hatte mal einen Klassiker noch an, den Nils hieß. In der ersten und zweiten Klasse. Der wurde aber nur mit I geschrieben. Ach, komm schon. Den macht mal ein schwächtes Pokémon fertig. Okay, schwächtes Pokémon ist unser Flieger. Ah, das muss ich noch trainieren. Ich werde mich jetzt unten nicht an die Pokémon-Bälle halten. Von der Größenordnung her. Für die Leute, die es noch nicht gecheckt haben, dass es ein bisschen anders aussieht. Von der Größe her, weil das wird dann zu klein. Aber Platz genug für sechs Bilder sollten wir haben. Volltreffer, super. So. Jawohl, das gab gut XP Vielleicht sollte ich den wirklich auch später trainieren Das wird mir zu blöd Da muss unser Schmetterli mal ran So, super Manchmal seitdem ich die Speedtaste gefunden hab, sind mir die Kämpfe ein bisschen zu langweilig Schutz, wunderbar, aber noch bin ich auf Pokémon-Suche Dementsprechend, ja Aha, ja, du weißt, wie bitte? Kampf, ich telefoniere Oh, okay, aber mach schnell Was? Alle klar, die hab ich ja ins Herz geschlossen Damals, weil die mir, glaub ich, in der Kristall-Edition hat die mir angefangen Sachen zu schenken Die Annette Die fette Annette Nee, nicht die Die nette Annette hab ich's immer genannt Okay, wenn Nidoran mit Doppelkick anfängt, dann hab ich ein Problem Nidoran kann nämlich Das Weibchen zumindest kann Doppelkick erlernen Das Männchen kann Hornattacke erlernen Deswegen hab ich Nidoran Weiblichen, der er in der ersten Generation immer ganz gerne gefangen Weil du damit Rocco besiegen konntest Mit seinen Pokémon, haha, meine Pokémon sind Rocco hart Ja, der Heuler hat natürlich meinen Angriff down Aber ich zieh sowieso jetzt nur noch ein HP ab, von daher ist es relativ wurscht Du auch, okay Aber der Aaron kriegt später dann Trank von mir Von daher ist es kein Problem Die Frage ist nur ab Nee, ich glaube Nidoran Nee, 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 falsch Ich muss mich, meine Aussage über die Nidorans muss ich korrigieren Und zwar Nidoran Weiblich lernt Tackle Ab Level 7 glaube ich Kratzer Und ab Level 11 Doppelkick Und das Männliche Nidoran Lernt Die Attacken genauso gleich wie das Weibliche Nur anstelle von Kratzer lernt es Hornattacke Genau Und ich glaube das Männliche und das Weibliche lernen dann später auch Giftstache Diese kleinen Ich glaube das soll ein Schweinchen sein Ich bin mir gar nicht sicher was das sein soll Obwohl ich glaube die würden mich eh an Hasen Erinnern So Ich spiele jetzt hier mit dem Feuer Och komm schon Ich will jetzt keinen Punkt vom Trank verschwenden Ich will mal gucken Vielleicht haue ich ja nochmal einen Volltreffer raus Aber ich glaube nicht Ich hätte natürlich Kreideschrei machen können Ich vollidiot Dann wäre nämlich der Käse nämlich schneller gegessen Hm Aber jetzt komm Oh Mann Na komm schon Machs platt Jetzt will ich ja bei Level 18 mindestens Ja Ja super es lief doch gut Die nette Annette Ich muss meinen Ärger Luft machen Ja Ich hatte einen netten Plausch Oh du bist auf großer Reise und besuchst Sehenswürdigkeiten Gut ich möchte dein Freund sein Oh super gibst du mir deine Telefonnummer Berichte mir von allem was dir widerfährt Alles klar Ich melde mich wenn ich etwas Interessantes höre War das die die mir dann später irgendwelche Geschenke macht Oder war das die die einfach nur die ganze Zeit nur am quatschen ist Ich bin mir da nicht ganz sicher Weil irgendeinen habe ich dann aus dem Telefon Den kann ich ja später aus dem Telefon auch wieder löschen Weil die immer nur am rumtelefonieren Hey wie geht's dir Ich habe gerade was weiß ich Einen Kabardor gesehen Ja toll Habe ich gerade auf dem Grill gelegt Äh schmeckt noch nicht Und solchen Stuss labern wir halt Ähm Vielleicht sollte ich Aaron als Tauschpartner für Flieger benutzen um den zu trainieren Aber den muss ich sowieso austauschen Weil dem seine Tackle AP langsam hinüber sind Ja ich glaube den Aaron der kommt nicht in mein Hauptteam rein Noch nicht Dementsprechend sind wir schon eine halbe Stunde dran Das geht bei Pokemon glaube ich unglaublich schnell Jo Ansonsten Ja ich habe jetzt im letzten Part so viel gequatscht Deswegen würde ich sagen Machen wir heute auch nicht so lange Ich will auf jeden Fall sagen wir es mal so Ich würde gerne die zweite Stadt erreichen Und dann machen wir einen Cut Ähm Weil nochmal so einen langen Part Ich möchte nicht nur so lange Parts machen Zumal es auch nicht so viel zu berichten gibt Also ich habe jetzt im letzten Part alles rausgehauen was ich konnte Um eine Unterhaltung zu garantieren Und zu gewährleisten Und da möchte ich jetzt nicht mehr in diese Massenproduktion reinfallen Wo ich nur noch irgendwelchen Stoß mir aus den Fingern leier Sondern ich habe so das Gefühl dass beim letzten Mal doch Vielleicht das ein oder andere interessante berichtet wurde Ähm Hat man wahrscheinlich auch gemerkt dass ich dann einfach gelallt gelallt und berichtet und berichtet habe Und dass es dann irgendwann einfach vorbei war Dementsprechend Jo Ich würde sagen Ähm Den Flieger setzen wir an erster Stelle Den Auron setzen wir dann Auf die PC-Box zum Trainieren Ich habe nämlich auch damals habe ich meine Pokémon Boxen immer Ähm Wie heißt es Dementsprechend benannt Nicht benannt sondern ähm Aufgesetzt Sprich die letzten Boxen waren Hier so die Cognito Boxen 13 und 14 Box 12 und 11 Also 10, 11, 12 waren die Pokémon die fertig entwickelt wurden Die nichts mehr benötigen Ähm Dann gab es eine 100er Box mit Pokémon die ich auf Level 100 trainieren wollte Die ersten 2, 3 Boxen waren Pokémon die ich noch trainieren musste Die Box 3 und 4 waren geläufig Ne die Box 1 und 2 waren geläufige Pokémon äh Boxen Wo ich halt die Pokémon reingestellt habe die ich halt so finde Ähm und ich glaube so Box 3, 4 und 5 das waren so die Boxen ähm Wo ich halt ähm Pokémon reingestellt habe die sich nur durch spezielle äh die sich nur speziell entwickeln Irgendwie Also irgendwie so war das So hatte ich das mir damals ausgemalt gehabt und das lief ganz gut Hört sich vielleicht ein bisschen complicated an aber So ist es einfach Und so hat es halt für mich funktioniert Dementsprechend Ja Hinterfragen wir das nicht So So Die Natter haben schon So Okay Flieger macht die Schlange platt Das Ist auch ganz gut Das gefällt mir Oh da war ja was Dieser Blick wie faszinierend Pfff PFFFF Patrick Starblick Dick dumm und rosa Passt zu Flakmon Okay Männisches Nidoran So, Tackle. Verteidigungssink gefällt mir nicht, vor allem ist das Level 9. Könntest du da mal ran, Schmetterli? Mit deiner Konfusion, glaube ich, machst du da kurz einen Prozess. Ich weiß gar nicht, ob man eigentlich den EP-Teiler kriegt man hier in der zweiten Generation von einem... Den kriegt man von Mr. Pokémon im Austausch gegen die rote Haut. Genau. Camper Erwin. Oh, das ist enttäuschend. Ja, komm. Uh, ist auch enttäuschend, mein Junge. Aber ich glaube, er hat sich selbst gemeint. Von daher stimmt das schon. Meine Pokémon, frisch gefangen. Ja, mit frisch gefangenen Pokémon kämpft man in der Regel auch nicht, mal, wenn man sie eigentlich kennenlernen sollte. Angler Ahmed. Alles klar, dann hau mal ein Quapsel raus, mein lieber Ahmed. Ein Quapsel ist solide. Ich glaube, Quapsel kann eine Aquaknarre und Hypnose. Ich glaube, sie fallen nicht auf die Hypnose drauf rein. Sonst tut er lieber Ahmed nett lachen. Aber Ahmed, lach nett. So. Für den Sprite von Taub sind in der zweiten Generation hier eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, so... Wenn ich mal an die erste Generation denke, das war grausam. Okay, es war knapp, aber man muss sagen... Taubst ja... Ja, es war gut. Dafür, dass Taubst die Level 6 war und hat ein Level-8er-Quapsel geschlagen und hat zwei Level-Ups bekommen. Zwei! Cool! Das freut mich. So, da kriegt unser Flieger beziehungsweise Flieger nicht Taubstie. Ich habe meine Taubsties immer so genannt. Mein Flug-Pokémon. Ich finde es einfach cool. Kannst sagen, was du willst, aber für mich ist und bleibt Taubstie das Flieger-Pokémon, weil es ist einfach... Später... Tauboga ist ein solides Pokémon und hat mir in der ersten Generation halt sehr gut gefallen, weil auf Tauboga konnte man sich solide verlassen, aber später natürlich dann auf Level 36. Wenn es Tauboss wurde... Mit Tauboss willst du durch die Luft fliegen. Mit Tauboss willst du echt durch die Luft fliegen. Äh, warte mal. Bitterbeere, Selbstheilung bei Verwehren, Extreffer, Gegengiftbeere, Heilpuder, Antiparbeere, Schutz, Supertrank. Okay, dann nehme ich mal den Energiestaub. Nein, nicht nicht. Das Heilpuder meine ich. Taubstie ist wieder fit. Das ist bitter, aber dafür ist es gut für dich. Medizin muss ja nicht immer gut schmecken. Also mittlerweile. Oh, Taubsi, du kostest mich so viel. Komm, nimm den Energiestaub, dann ist er weg. Und fertig. So, jetzt will ich aber... Oh, zum Glück. Ich hab Glück gehabt. Ich hab wieder so eine scheiß Hypnose. Taubsi brauchen nicht viel HP, ne? Äh, XP meine ich. Oder EP, je nachdem. Was, Platscher? Nein, du hast quapselt. Du Lappen. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Tja, wollen wir mal gucken, was für Fische du besitzt, mein Freund. Dann kann ich dir sagen, ob es schlimm war oder nicht. Oh, komm schon, ernsthaft. Du holst rum, weil du einen Kabador verloren hast. Ich meine, bitte. Wer will mit Kabardors? Wer glaubt, dass er mit Kabardors... Guck mal, Level 5. Ich weiß nicht, was ich bei dem Trainer gedacht habe. Ich glaube, der hat zwei Kabardors Level 5, die wirklich schwach sind und dann hat er auf einmal ein Kabardor auf Level 15. Ich glaube, der hat drei. Ah, nee, ich glaube, der hat zwei Kabardors auf Level 5. Ein Kabardor auf Level 15. Ich glaube, ein Kabardors auf Level 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war irgendwie ein ganz komischer Trainer mit ganz strangen Pokémon. Ja, das machst du super, Kabardor. Ich finde es so grausam, Kabardor zu trainieren. Aber es lohnt sich. Aber später dann, ich sage mal so, wenn wir unser Team haben und später dann die Top 4 rumeiern, dann wird der EP-Teiler unser bester Freund und dann ist trainieren kein Problem mehr. Stimmt's, Leute? Ihr wisst's doch. Ihr wisst's, wie's ist. Ah, der hat eine gute Verteidigung. Ich weiß nicht, ob Flugattacken physisch oder speziell sind. Weil dann würde ich nämlich mal testen, ob Windstoß vielleicht weniger Schaden macht als Tackle, aber eigentlich nicht. Es müssten beides physische Attacken sein. Und Windstoß ist stärker als Tackle. Muss ich echt wegen dem Kabardor nochmal einen Trank raushauen? Ich meine, es ist nicht so, als hätte unser Flieger das nicht verdient. Also, der ist von Level 4 auf Level 9 gekommen. Miner von 2 Trainern. Und ich nehme an, dass er auch, dass er sicherlich Level 10 erreichen wird. Weil, es wird nicht gerade gut viel EP gibt es jetzt nicht. Nicht so viel wie die Quapsels auf Level 8, aber vielleicht reicht's für ein Level ab. Oh, komm schon! Ich dachte, er hätte noch einen Garados auf Level 5. Ich sollte mir mal angewohnt, äh, es sollte, ich finde es schade, dass der Telefonnummernspeicher hier so schnell voll ist, weil ich fand's eigentlich immer eine coole Aktion mit den Trainern nochmal Telefonnummern auszutauschen und sich mit denen nochmal zu treffen dann später, weil die dann auch mit dir mit stärker wurden bis zu einem gewissen Grad. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Aber, du kannst glaube ich nur, ich weiß gar nicht wie viel, 20, 25, müsste ich nachgucken, ähm, halt so und so und so viel Trainer irgendwie in deinen Nummernspeicher einsetzen, oder? Das ist ein bisschen schade. Frisch gefangene Pokémon können gut trainierten nicht Paroli bieten. Ja, das hätte ich hier gleich sagen können. Geduld, die Voraussetzung für das Angeln und für Pokémon ist es dasselbe. Das, super. Unterschreibe ich dir so, mein Freund. Dü, dü, ich beherrsche beides, Angeln und Pokémon. Darum werde ich nicht verlieren. Ich glaube, ich werde diesen Part was Spezielles machen. Ich werde nämlich gucken, was in diesem Ü-Ei drin ist und dann werden wir das zusammen aufbauen. Ich weiß gar nicht, was gerade in den Ü-Eiern so drin ist. Erstmal ein Schokoladenspachtel. So, sind die kleiner geworden? Normalerweise haben die sich, normalerweise waren, es waren diese, diese Boxen hier immer so, dass die noch ein bisschen geklimpert haben im Ei, aber irgendwie scheinen die jetzt hier so genau gerade so rein zu passen. Hm. Das war lustig. Und so habe ich ja früher gerne diese Figuren aus den Überraschungseiern gesammelt. Und ich musste dann sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Hm. Leute, ich sehe gerade, es wird zu lange. Hm. Ich will nicht nochmal so einen langen Part raushauen, also nicht dauerhaft. Und wir sind dann nicht mal unten beim Fels-Tunnel angelangt. Dann heben wir das für den nächsten Part auf. Ich habe ja heute schon genug schöne Sachen erzählt. jetzt kommen die Anrufe. Nützliches Item, dekorative Item von deinem Geld gekauft, das ist in deinem PC bitte gefallen. Ja, super. Ich spare Geld fürs College und meine Mutter gibt's aus. Ist ja nicht mein Geld, ne? Oh, der perfekte Gegner für Topsi. Ich würde sagen, wir gehen bis zum Pokémon Center zum Fels-Tunnel und machen dort Feierabend. Oder ich mache doch noch die Stadt. Gucke, wie lange die Parts werden und mache daraus vielleicht ein reines Premiere-Projekt. Je nachdem. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, die passen ganz gut zu mir. Ah, dann hau mal raus, mein Lieber. Felino! Oh je. Was ist denn diese Tanksau? Felino und Morlord. Ich glaube, das war das erste Pokémon und hier in der zweiten Generation glaube ich, das einzige Pokémon. Also diese Entwicklungsreihe Felino und Morlord die die Eigenschaften Wasser und Erde besitzen und übelste Tanksau hier sind. So richtig schöne Tanks, die dann übrigens auch noch Walzer beherrschen. So, Flieger Level 12. Das läuft gut. Der müsste jetzt mittlerweile stark genug sein. Der Justin kriegt seinen großen Auftritt später. Im, also im nächsten Part im Fels-Tunnel. Oder ich mache die wirklich mit und ja, komm. Ja, ich nehme die Millionen. Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Du, Fettsack, so wie du aussiehst. Unser erster Superball. Wunderbar. Da unten ist noch ein Vogeltrainer. So, ich werde nämlich gleich den Flieger mal austauschen, weil er, weil unser Flieger wird nämlich sein Debüt im, in der zweiten Pokémon in der Käfer-Arena haben. Ich bin mal gespannt, wie wir Bianca regeln. Mit Bianca hatte ich immer ein Problem am Anfang, weil ich immer Vorregel genommen habe. Und dann kommt die mit ihrem Miltank und walzt mich einfach platt. Mit Endivie habe ich da definitiv bessere Chancen. Ich hoffe, unser Justin lernt vorher noch ein paar Sachen, mit denen er das Miltank ruhig stellen kann. So, Schlafpuder oder so wäre ganz cool. Ich meine, ich benutze zum Beispiel Pokémon, die stark mit Walzer sind, benutze ich sehr gerne. Das ist nicht das Problem. Ähm, nur das Problem ist halt, wenn du es als Gegner hast. Und wenn du es als Gegner hast, also wenn du es selbst benutzt, weißt du ja, was für Schwächen Walzer hat. Und dementsprechend kannst du halt versuchen, darauf aufzubauen. Schwäche von Walzer ist zum Beispiel, wenn das Pokémon irgendwie einmal paralysiert ist oder so, resettet sich der Walzer. und dann kannst du damit schon mal probieren, den Walzer ein bisschen klein zu halten oder durch Einschlafen. Also Status-Sachen oder so ist halt immer schwierig, weil Walzer beherrschen Pokémon, die Tanki sind. Die nicht mit zwei, drei Schlägen kaputt zu kriegen sind. Und, ja, hm. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig. Ich kenne meine Schwächen. Super. So, ähm. Ich sollte in der Pokémon der Räder von Vialua City weiter trainieren. Ja, du bist aber gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, Falk hätte ein Problem. Dies ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen. Wie steht es mit dir? Hättest du gerne eine Angel von mir? Klar, natürlich. Hey, das hätte ich wirklich gerne. Jetzt hast du auch ein Angler. Das ist schön. Basis-Item. Angeln ist toll. Probier es überall, wo es Wasser ist. Deine Angel aus, am Meer oder an einem Fluss. Wunderbar. Damit kann man bei Nuttlock Challenges immer so ein bisschen in den Städten, in den Flüssen dort mal ein bisschen angeln. Was soll mein Pokémon tragen? Vielleicht ein Item, das seinen Angriffswert verstärkt? Warum eigentlich nicht? So, ich gucke jetzt mal. Wir sind bei 45 Minuten angelangt. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Weil ich glaube, ich werde mindestens noch mal wenn ich die Speed-Taste benutze, werde ich noch mal eine halbe Stunde für den Todelbraun und eineinhalb Stunden Videopremiere ist mir dann doch zu lange. So. Ähm. Bam, 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 bam. Gucken wir mal hier. Wie machen wir das dann? Am besten machen wir es mal ein bisschen größer. Nicht so viel. Wunderbar. Ähm, so. Meine Liste mal weg. So. So. Ü-Ei. Was haben wir denn da drin? Oh, was zum Aufbauen. Sekunde. Mal gucken. Vielleicht kann ich das irgendwie ein bisschen. Nein, falsche Richtung. Dunk. Ich habe hier so einen Tastaturschutz drauf. Hat sich bewahrheitet. Also die Tastatur hätte ich schon längst austauschen müssen, wenn das Ding, äh, wenn dieses Ding hier nicht drauf wäre. Ähm. Das hat schon so viele Cola-Spritze oder Getränkespritzer generell abgehalten. Unter anderem auch Brötchen, Krümmeln und allem drum und dran. Also, man erkennt nicht, dass diese Tastatur innen drin komplett sauber ist und dass ich die schon knapp zwei Jahre habe. Oder habe ich die nur ein Jahr? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine aber, ich hätte die schon länger. Ja, weil normalerweise meine, die meisten Tastaturen, die ich benutze, gehen halt immer kaputt. Weil ich die Tasten immer so oft genug rausnehmen muss. Und, ja, solche Sachen halt. Ähm. Ein bisschen nach da. Ein bisschen nach da. Andersrum. Das ist nicht... So, was haben wir hier? Irgendwas zum Aufbauen. Na gut. Ähm. Ist das eine Krone? Okay. Ist das eine... Ist aus... Dünner Pappe. Muss man gut aufpassen. Geht aber gut raus. Es geht gut raus. So, das ist Abfall. Okay. Wunderbar. Ah, ein Dino. Ein Dino. Alles klar. Hier haben wir die Aufbauanleitung. Ja, Sicherheitshinweise. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Nee, nee. Muss ich wegschmeißen. So. Okay. Ähm. Das Ding kommt denn in der Mitte? Okay. Das Ding kommt hier hin. Okay. Das Ding kommt andersrum hier rein. Ah, okay. Okay, 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 okay. Ah, um den 3D-Effekt zu erzielen. Ich verstehe. Und dann kommt das hier hier hin. Okay, Rückseite. Und das müsste dann die Vorderseite sein. Das müsste eigentlich passen. Das müsste nur noch fest sein. Ah, super. Okay. Und das muss dann eigentlich nur noch hier irgendwie draufstehen. Hä? Ach, da steht man einfach nur so da drauf. Ah. Okay, 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 okay. Das ist also so eine Zeichenunterlage. So, so eine Zeichenunterlage sein. Ähm. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo Papier habe. Das ist eigentlich ganz lustig, weil das haben wir nämlich früher mit Geldstücken gemacht. Also hier, das ist so ein Brachiosaurus. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Soll halt irgendwie hier drauf sein. Hier unten ist es so ein Fossil. Und da kann man dann sich mit Bleistift... Warte mal, habe ich hier noch irgendwo ein? Ja, Bleistift habe ich doch immer hier. Sogar noch die Zeichenbleistifte damals. Ich habe mit Bleistift immer gerne gezeichnet. Das haben wir früher mit Geldmünzen immer gemacht. Damit haben wir dann in der ersten, zweiten Klasse mit Geld angefangen zu arbeiten. Haben wir uns dann immer so eigenes Geld gemacht. So Geldstücke. Ach ja. Wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Ganz leicht einen Bleistift hier so drüber. Und zack, hat man das Bild des Brachiosauruses. Ja, man kann es so halbwegs erkennen. Also das soll das Original sein. Autofokus. Warte mal, den Autofokus habe ich ausgemacht. Sollte vielleicht angemacht werden. Ich weiß gar nicht, ob es ein Brachiosaurus ist. Auf jeden Fall hier von diesem Dino. Hier. Und ja, dann kriegt man so Bilder raus. Das haben wir früher immer gerne mit Münzchen gemacht. Aber schön. So, auf jeden Fall. Das mache ich so. Vielen Dank für das Zuschauen, Leute. Pokémon Kristall, Part Nummer 3. Auf dem Weg zur Höhle. Ich würde sagen, ich mache für heute auch mal Schluss, weil ich mittlerweile auch erstens nichts mehr zum Quatschen habe. Und zweitens, ähm, wie heißt es? Ja, Pause, weiß nicht. Ich kann natürlich jetzt weitermachen und natürlich quatschen. Aber kommt da nur Schluss raus. Ähm, kleiner Hinweis. Zum Schluss. Was ist der Unterschied zwischen ich mag dich und ich liebe dich? Ganz einfach. Wenn du eine Blume magst, pflückst du sie. Du stellst sie in eine Vase, begutachtest sie. Und wenn sie ausgeblüht ist, kommt es auf den Biomüll. Wenn du eine Blume liebst, lässt du sie in der Erde und gießt sie jeden Tag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao mit V.